Hallo, in diesem Video schauen wir uns mal den Unterschied zwischen dem Fersengang bzw. Fersenlauf und dem Vorfußlauf an. Zudem versuchen wir anhand von Videos und Zeitlopensequenzen herauszufinden, welches denn die natürliche Laufweise des Menschen ist. Die zwei Personen auf den Laufbändern gehen beide etwa auf die 60 Jahre zu und haben keinerlei Erfahrung mit dem Joggen oder Laufen. Zum besseren Vergleich trägt die Frau im hinteren Bereich normale Laufschuhe mit Polsterung, wogegen der Mann auf dem vorderen Laufband barfuß läuft. Weil die Geschwindigkeit der Laufbänder noch relativ gering ist, rollen beide über die Ferser ab, wie beim ganz normalen Gehen. Aber dann erhöht der Mann die Geschwindigkeit des Laufbands immer weiter. Seine Schritte werden länger und länger, bis er schließlich einen Laufschritt erreicht. Moment mal, was ist denn da passiert? Nochmal zurück. Schauen wir uns doch mal etwas näher an, was da gerade passiert ist. Der Mann macht schon relativ weite Schritte, rollt aber immer noch über die Ferser ab. Ein Mehrfaches des eigenen Körpergewichtes landet auf der Ferse, die nicht besonders gut gepolstert ist. Und daher fährt eine Schockwelle durch die Ferse, die Bänder, die Knochen, die Gelenke, durch die Wirbelsäule bis zum Kopf. Wenn diese Kräfte zu groß werden, fängt das an, ganz schön weh zu tun. Und man sieht hier in der Zeitlupe schön, wie der Mann ganz plötzlich von alleine anfängt, auf dem Vorfuß zu laufen. Das Fußgewölbe, die Bänder, Sehnen und Muskeln in den Füßen und Beinen wirken jetzt wie Federn und vermindern die Schockwelle, die durch den Körper läuft. Moderne Laufschuhe mit gepolsterten Sohlen erlauben einem Läufer auch bei diesen hohen Geschwindigkeiten noch mit der Ferse aufzukommen, ohne dass das Schmerzen bereitet. Barfuß geht das nicht mehr. Und darum zeigt dieser Versuch schön, dass beim Laufen das Aufkommen mit dem Vorfuß und nicht mit der Ferse die natürliche Laufweise des Menschen ist. Zu diesem Thema gibt es viele tolle Bücher. Eines davon ist Born to Run von Christopher McDougall, das ich euch unten in der Videobeschreibung verlinke. Ihr könnt das ja gerne mal selbst versuchen und schreibt mir in die Kommentare, was ihr selbst an euch festgestellt habt. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute.